Naja, wie wir alle wissen, der Online-Handel, das ist Amazon, das sind sämtliche Paketdienste. Die Menschen bestellen ihre Waren nicht mehr beim, oder kaufen sie nicht mehr im Kaufhaus nebenan oder im Geschäft, sondern bestellen sie im Internet. Und diese Waren müssen verteilt werden. Und die kommen natürlich verpackt im Karton. Und diese Verpackung, die hat einfach weltweit zugenommen. Es wird immer mehr, die Menschen kaufen immer weniger in Geschäften, sondern bestellen immer mehr online. Und diese Pakete, die bestehen aus Karton, aus dem Rohstoff, den Hamburger produziert. Hamburger produziert Rohwellpappe. Das ist sozusagen die Grundlage für den Karton, den wir als Verpackungsmaterial dann bekommen. Und das nimmt extrem zu. Und in den Geschäftsberichten der Firma Hamburger steht klar ausgewiesen, dass die Gewinne auch auf den enormen Verbrauch von Karton zurückzuführen sind. Ja, die SPÖ, die Bundes-SPÖ plakatiert gerade Mensch statt Konzern. Und in Pitten läuft die SPÖ genau andersrum. In Pitten müsste der Slogan heißen Konzern statt Mensch. Hier haben wir das große Problem, dass im Prinzip die SPÖ die Industriepartei ist. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber sie muss mittlerweile ein bisschen mehr auf die Menschen hören. Das Signal ist eindeutig. Wir haben einen Initiativantrag, den sehr viele Menschen unterschrieben haben. Und der Initiativantrag heißt eigentlich Mensch statt Konzern. In Wien wird das plakatiert und in Pitten laufen die Uhren anders? Ich glaube, da gibt es irgendwie ein gröberes Problem innerhalb der SPÖ. Das Signal ist ein gröberes Problem innerhalb der SPÖ.